Willkommen zu Pokémon-Freunde zu Pokémon Uranium. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Part wir insgesamt stecken. Wir müssen mal wieder hier weiterspielen. Ja, wer hätte das gedacht? Was hat eigentlich Steinchen für ein Item? Ach, den EP-Teiler. Stimmt, den haben wir letztens bekommen. Und ich würde so gerne Komite in Steinchen umbenennen. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Namensumbenenner war. Hat mir das ja vielleicht angezeigt? Irgendwie? Nee. Schade. Ich hätte zu gern in Erfahrung gebracht, wo da wohnen. Da hätte ich nochmal hingegangen. Da hätten wir Komite zu Steinchen umbenennen können. Das wäre awesome gewesen. So, Picknacker Karren. Oh, mit einem Kill mit Mark, ein Kill mit Mark. Okay, Eldux war ich nicht der beste Gegner dann dafür. Aber Luxy vielleicht? Das ist... Okay, du hast nicht angeriffen. Das ist schon mal ganz okay. Bam. 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 Nein, der macht einen Donner-Schock. Das ist nicht sehr effektiv. Stirb, Kinnip, Bank. Oh. Ein fehlend Wind. Nach deinem Donner-Schock. Ein Crit, natürlich. Die Gegner haben immer Crit. Ernsthaft. Oh, gut. Wie können wir das noch angreifen? Ähm, was? Was war das jetzt? Was ist das, Swift? Das stimmt, das ist so eine Status-Attacke, ey. Ah, nee, das war Stern-Schauer. Ah, ich erinnere mich. 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 Oh, das ist ein Gift-Vie. Ich sollte vielleicht tauschen. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Oh, das ist ein Gift-Vie. Dann haben wir einen Trick-Vie. Ja, ich kann das noch nicht noch abschneiden. Oh, das ist so. wie super cool einfach das glaube ich sage ich in jedem part in dem ich auch jeden einsetze aber es ist einfach so scheiß konfusion ist daneben gegangen kann man schon Eckart ja das geht die 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 er hat noch ein rückzugeben einsetzen könnte so schlauer gewesen aber gut jetzt muss ich wieder aufheilen Mann habe ich keine äh tränke ich wollte gerade sagen ich habe doch bestimmt tränke mal zwei die ich bin egal klang die 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 r ein Item. Fuck. Hä? Käfer sind cool. Labe kein Scheiß. Niemand mag Käfer. Trice. Oder so. Nein, 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 nein. Nicht in den Koffer. Sondern ich will auf Awiden tauschen. Einen schönen Erkater. Ist Erkater eigentlich dann Aeroas oder Flügelschlag? Wahrscheinlich Flügelschlag. Aeroas wäre doch eigentlich zu gut, oder? Erkater. Ja, Instant Kill. Dude, 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 du. Ja, 85 Experience Points. Ah, das hat diese blöde Feen-Kacke da. Ha, ich blitze dich mal. Du bist so schnell geflogen. Much auch auf. Und ein Erdkater. Oha. Ah, es ist Kv4, wie es da aussieht. Und jetzt ge... Erwiden macht keinen Level ab. Ernsthaft? I'm quoting something from YouTube. You're such a nerd. You probably get the reference too, huh? Okay. That type is dumb. Okay, ich verstehe schon. Äh, nicht in diesem scheiß Pilz, wie immer. Haha, ich komme dann trotzdem vorbei. Mein fool hee. Ich habe Babysister. Oh ja. Ich hasse Babysisters. Und Baby Brothers auch. Oh ja. Oh, nicht diese Katzenviecher. Oh, die nerven. Die nerven. Ich kann nicht wieder wechseln, Mann, wie so ein Irrer. Auidem! Mach es, Sabine. Mach es. Ernsthaft. Machen. Flash. Dann singt die Genauigkeit von einem Fuckvieh. Und das dann, äh, dieses fucking... Wie heißt der Scheiß? Ja, die Chance ist ein bisschen geringer. Ein bisschen. Dann müssen wir halt... Wieso setzt da nur Yarn ein? Also Gena, wie ist das irgendwie... Yeah! Ein Crit! Ah, Widen! Du bist der Beste! Ich war gerade ehrlich gesagt unsicher wegen dem Geschlecht von dem Pokémon. Und hab nochmal drauf gespickt und da war ich echt froh. Ich so, ja! Ist das das richtige... Lunapook? Was ist... Ah, das ist Lunapook? Okay. Okay. Ist das eigentlich ein Kampfvieh? Probably ja. Sieht mal sehr danach aus. Okay, das sieht nicht nach einem Kampfvieh aus. You should have to hide. Wiem! Me! Wiem! Ich nicht! Lange hier hin. Ich schaue mit Tieren. Und ich weiß mit Tieren! Und ich möchte... Ich kann... Ich bin... Was war das denn? Ich habe dich nicht sogar beantwortet, ich habe nur durchgefahren und versuchte dir, dass du dir lustige Bilder von Babys zeigen und du hast mich abgedreht. Babys zeigen, man. Babys sind hässlich. Ich meine, ernsthaft. Die sind nicht schön. Und süß schon mal gar nicht. Aber so so ein Baby... Das ist schon eine andere Hausnummer. Die sind süß, ja. So ein Welpe. So ein Welpe. Ich meine, Welpen sind der Shit. Es gibt nichts besseres als Babytiere. Wobei auch nicht alle. Da gibt es ein paar richtige Hardcore-Teile, wo man denkt, so... Aber an sich sonst... Ja, doch. Das meiste an Babygetier ist schon niedlich. Neul, wie ich dem aus dem Weg gegangen bin. Versehentlich. Ah. Hey, Strange Trainer. The minute we met Ice, I knew we were destined night to fight. Ja, das waren wir. Die Bestimmung hat uns zusammengeführt, Sean. Oh, sehr schön. Ein Pajar. Pajar. Oder Pajariero. Und da hat er nicht besiegt. Oh, ja. Oh. Ein Awiden als Gegner. Da wollen wir direkt mal Thundershock. Alter, der ist viel schneller. Das sieht nicht mal die Hälfte ab. Das missfällt mir aber sehr. Und jetzt restet der... Also... Jo, klar! Was ist hier los, Mann? Ich habe ein Elektro-Pokémon und kann gegen das Fien nicht ankommen oder was, was drei Level unter mir ist. Ist Wotagann besser? Nur kaum. Ne, ist es auch nicht. Ich kann sehr gut diesen Gesang nachmachen, ich weiß. Irgendwas mit legendären Pokémon. Ah, shucks. I got beat in a battle and now I'm trying to get back to the Pokémon Center, but I can't, can't find my way. Wot, was sagst du? I think there's something out there that plans everybody's save. Some legendary Pokémon. Oh, God, du bist scheiße, du Typ. Und scheiße, du. Super Repel. So, warte mal. Wo ist der Pokkipot? Ich boll die Karte, Mann. Also, wir sind ja jetzt wieder an einem Scheideweg, sozusagen. Entweder nach... Hier oder nach da. Oder nach hier hoch so weiter. Deswegen laufen wir jetzt nach links, weil da müsste dann gleich irgendwann eine Sperre kommen. Schätze ich. Wenn du fischst, was für ein Blut? Du benutzt, komm, wir haben eine Fischbettel. Und ja. Na, 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 na. Tupjow. Irgendwie sieht Tupjow anders aus. Kann das sein? Ich hab das Gefühl, Tupjow sieht anders aus. Sah nicht anders aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab das Gefühl, es sieht anders aus. Als in der Demo. So. Dann packen wir mal unseren Koffer für den Urlaub. Nya. Super Portion. Wieso ist das eigentlich so stark? Yo. Mach mal halblang. Komischer Fisch. Ey. Ich riskier's mal. Hä? Nein. Oh, es hat auch überlebt. Elle Tux, bitte trainier ein wenig. Aha. Mario. Er heißt Mario. So, so. Okay. Okay, was haben wir hier alles? Äh. Keine Ahnung. Ich wechsle mal das Pokémon aus. So, 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 so. Lassen wir mich runterlaufen? Nichts. Als ob. Ah, guck mal, da oben stehen so, 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 Wächter. Oh, uns den Weg zu versperren. Heute, wir kommen gerade noch. Danke. Oh, das,호 hier. Wir können, ich Uno die При Meint ihr was? Du, 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 du. Expert. Ah ja, ein Expert. Ich glaube ja nicht, dass du ein Expert bist. Expert. Denn wenn du ein Experte wärst, würdest du wissen, dass du gegen mich keine Chance hast. Oder so? Nein, wir sind getrapped. Kann ich angreifen? Scheinbar. Okay, gut. Ha, die Kokosnusskacke ist besiegt. Oh, ein Menki. Kann ich wechseln? Nee, ne? Doch. Und du sagst, du bist getrapped. Klar. Ach, so ein Geowulf. Okay. Wollte nicht sonderlich viel abziehen, schätze ich. Akata. Wie ist es schneller? Bitte was? Bullshit. Es ist weg. Nice. Es ist weg. Winner, losse, every battle, Perseampire. Remember this. Young. Da oben ist ein Poké-Bahn, Poké-Bahn. So ein bisschen Heilung vielleicht, ein kleines bisschen Heilung. Oh, eine T-M, die ich nie benutzen werde, okay. Oh, eine T-M. Guck mal, was dieser Nepomuk hier kann. Ein Braheap. Das ist Psycho, ich sollte austauschen. Ich glaube, Psycho war sehr... oder war es Gift? Ich weiß es nicht mehr. Wir riskieren es jetzt einfach. Ich bin ein F-N. Hey, lata. Das ist zu süßen. Ich kann es kommen. Ich sub das 두 Doesn Und ich hab ne die Toten gelben, nochmal eine V-N los und das finde ichwwww. hey komm weiter ist level 19 was willst du lernen was white guard was kannst du the users and its allies are protected from wide-ranging attacks for a turn may fail if used in succession ah das ist sowas wie ich brauche mal einen tackle dafür weg ich glaube ich habe es wahrscheinlich wieder vergessen ist steinchen eigentlich ein physischer oder ein 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 dings ein special attacker okay ich darf hier einfach oben zurück dann da konnte ich nicht so ganz zurück so hier links was haben wir hier was ist hier was wird auf dem schild legen town and mount ectene tando region championship sorry about access to this area is restricted due to construction of the town and mount championship side okay we've ended an endless recution of time cool trainer jesse oh ist jesse jetzt ein cooler trainer geworden oder was die 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 hier die die Masinappell zwischen das war nicht ich hoffe doch die hochkopf müsste gehen wenn er auch sind schneller sehr gut Jawohl, es ist auch tot. Ihr seht gerade, wir müssen langsam den Park beenden. Ansonsten haben wir ein bisschen Überlänge. Oh, ein Steinchen, das ist schön. Das geht nämlich... Oh, oh. Fuck. Ein Steinchen, das geht so kaputt. Das ist okay, Schmidt ist okay. Du hast wieder voll den Plan. Luxi! Feenwind, Regenrage. Ja, es hat gefailt. Oh, fast. Sehr schön. Jetzt den Ferrywind hinter... Nein! Okay, es zieht nicht viel ab. Huuu, ich habe Glück gehabt. Und der Feenwind hat es gerichtet. Ah, schon wieder. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann.